Willkommen zu einem neuen Let's Play, ich hatte es ja schon bei Empyrean mal mit erwähnt und zwar Starbound, ja habe ich hier und da schon mal ein bisschen leicht angespielt gehabt hatte, aber ja durch Empyrean eben und vor allen Dingen einfach keine Zeit um überhaupt irgendwas aufzunehmen eben da nicht die wirkliche Chance ist, das zu spielen, eben ist auch schon eine Weile her, deswegen machen wir das Ganze mal mit dem Intro mischen eben und jetzt geht es eigentlich auch schon los das ist erstmal, hm, achso, nöt, kurze Verwirrung, eben, ähm, das ist erstmal so die allererste Aufnahme, ich habe schon mal ein bisschen vorher aufgenommen, eben, um zu gucken, äh, Wake Up Plumm Hä? Ah, mit E, pup Mit E kann ich das machen, ja Oder? Also wenn wir drauf zeigen und dann E Na, oder ein paar an, wenn wir war Oder weiterschlafen Oh, das kann ich auch nicht benutzen Kann ich denn hier rin? Hallo? Kann ich hier ja nicht rin? Take all Ach, da muss ich an dem Invent-Terrorion auch mich dran gewöhnen, dass man da alles so durchschalten kann eben Dementsprechend Kann ich das irgendwo reinpacken hier, oder? Hier Shop Protection Guardian Flayer Kann ich überhaupt hier meinen Achso. Shop it. Skin Mode. Wie kann ich das wieder abschalten? Achso. Aha. Ja, da oben mit Mausrad kann ich eben dementsprechend gleich weiter. So, wie viel habe ich da? 20 Mal oder was? Oder Blue Water. Ein bisschen was einkaufen hier. Das muss ja dann bei Nahrung damit da sein. Achso, einfach wenn ich irgendwo hin... E mit E drücken. Eben, die haben ich vorhin... Achso, da habe ich das ja schon da oben mit drauf gepackt. Aber ich bin... Hä, wieso kann ich denn hier nicht... Kann ich... Kann ich... So, muss ich mich noch daran gewöhnen, nicht mit der Maus irgendwo drauf zu klicken, Sondern mit E. Eben... Und das lese ich alles nicht vor, weil mein Englisch ist oder so nicht so... So, gut... So, gut... Dementsprechend, ich kann zwar ein bisschen was verstehen. Eben da... Wollen ja auch nicht. Weil irgendwie... Ist ja dann auch alles dasselbe. Da oben steht das denn, kann ich nicht mal lesen. So, pup, 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 pup. Ah, jetzt kommt das Münster... Ah, schon mal ein bisschen Spoilern. Ganz leise, ja. Aber wie konnte man denn nochmal rennen? Oder ging rennen? Gar nicht. Ach so, das macht ja alles automatisch. Kann ich ja auch nicht. Da kann ich gar nichts machen. Greatest du... So, mit da... Wo ist das ein Fake? Schnell, schnell, schnell. Headrun. Ach so, jetzt kann ich auch hier... Ah, jetzt renne ich eben. Kann ich ja alles schön abbauen. Dazu kann ich sie mit der Maus halten hier. Nee, kommt hier ja durch, ja. Lass mal hin. Die kann ich nicht wieder übernehmen. Wo ist das? Ach so, springen und dann... Dann gehen wir gleich hier. Ach so, hier geht es ja nicht weiter. Geht auch nicht weiter hier. Müssen wir hier wieder uns durchbasteln. Und jetzt können wir... So, jetzt... Tickidoll. Ach so. Oder mit E. Ach, mit E kann ich das dann gleich... Bin... Ging denn das noch mal? Hä? Da stehe ich irgendwie auf dem Schlauch, oder nicht? Ah. Ah. Jetzt das Raumschiff erreicht. Und Abmarsch. Und die Welt geht unter... Starbound. Ja, das waren ein paar Screenshots hier machen. So, jetzt geht es ja richtig schön auf einen... Ah, und ich bin da. So. Witzigert. 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 Ach so, da war sprungen. Schön. Witzigert. Nee. Witzigert. Witzigert. geht wohl. Mal ein bisschen essen. Zum Beispiel, nassa, ee, ee, kann ich das hier nicht. Komisch. Kann ich hier nicht noch. Essen. No mi skins. Weg. Das ist der Grunge offline. Aha, also erstmal... Gehen wir erstmal auf. Erstmal runterbiegen. Die Katze kann oben bleiben. Lass mal hier gleich mal ein Bäumchen fällen. Geht das hier nicht, oder? Tum, tum, tum. Kann man hier nicht noch schon mal... Das dauert aber lange. So, dann hier Höhchen. Das sind irgendwelche Fügelchen, oder... Was ist denn das hier? Ja. Dann sagen wir erstmal ein bisschen Holz. Das mal eventuell doch eins, zwei Sachen als Unterschlupf. Hup. Fügelchen, haut ab hier. Äh, das sieht aus wie in der Ruine, oder sowas. Hä? Was ist denn das hier? Ich bin ja noch wirklich mal ein bisschen doll oben geholfen, hä? So, ähm, bestimmt mal Winkel kann man hier auch den Dings mitmachen. Hallo. Ich hab gedacht, auf E kann man das Menü öffnen. Da kann man das nur so normal auswählen, erschlossen, offen, eben Disable MM-Upgrade, aha, die Moods, achso, das sind die einzelnen Collections in Geding Static. Rewrite Back. Rewrite Back. Achso, äh, ach ne, jetzt habe ich hier schon was hier getrunken, obwohl es eigentlich ja nicht nötig war. Wenn ich mal, äh, Blendfire war 18, ja, schön. Hier überlege ich dann schon, ob ich hier gleich die erste Höhle wirklich draus mache. Jo, wird das hier ein bisschen begradigt alles, dann kann man gleich hier als Unterschlupf nutzen. Äh, Bandage einmal, aha, ich klicke mal was, äh, hier hinsetzen hier, lass mal hier ein bisschen was in Kranfußboden haben, ach du, das geht ja auch mal, wie kann ich denn hier wieder meinen, ja, schönen Taschenlampe. Ah, left, right, aha, wie kann ich denn auch hier, achso, muss ich, ah, Inventory gehen hier, und das sind dann auch die Dürzern, kann ich denn da mit denn da hochpacken, dass ich dann eben dementsprechend hier zumindest ein bisschen Kranfußboden kriege. Ähm, ah ja, ein bisschen mehr abbauen in der Senze. Als erstes, wenn ich jetzt mal ein bisschen Unterschlupf bauen, ist eigentlich so das Wichtigste. Na, guck mal, hier alles schön. Ich weiß ja nicht, ob man, äh, ja. So, wann kann man denn, achso, ich kann das ja nicht in so einem Abstand mitmachen. Was habe ich jetzt gemacht, habe ich nochmal Dürzblöcke hier, oder was? Das ist ja, ja, der Hauptseite, der Untergrund ist ein bisschen gerade hier, ups, na. Ja, eventuell hier was zu basteln noch. Können wir hier eventuell auch das mit den Steinchen dann auffüllen. So, ja, ein bisschen, vor allem das sieht aus wie eine Rakete eher. Bisschen was erkunden, ja. Ich schaue dann doch hier noch mal ein paar Red, was, Red, Piddle, oder. So, dümdümdümdüm, ja, kommst du ja hier. Ich bin jetzt überhaupt ja nicht irgendwo und so zu spielen, eben. Pixel, ja, hier ist natürlich auch eine schöne Höhle, schon mal alles. Aber bisher noch keine Gegner sind das ja. Man, die geht wohl, eben, äh, ja, wie, was soll hier? Optics, Power-Gen, oder das hier? Ach so. Ich bin jetzt hundertprozentig schneller. 1 von 8, 1 von 6, also 1 von 3, äh, jo, äh, ne. So, wie, 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 natürlich ist da erstmal denn ganz gut, da hat denn das Ganze doch... Ja, gut, mache mir den Baum erstmal um hier. bringt auch alles nicht hat dann irgendwie eine begrenzung für für wie viel man aufnehmen kann es ist ja auch nicht aber das sieht ja wie ein kohl also kuli das kann ja auch noch mitnehmen plant was sind das hier umstehend das war ein bisschen links und rechts erforschen sind das dann papagei oder da muss ich denke mal nicht runter gehen das ist das muss ich wirklich noch hier haben wir eine schöne höhle schöne höhle bist du denn hier eigentlich anders diese pixels ist das eigentlich sondern können wir ja auch hier noch abbauen ich weiß natürlich auch nicht was ich als erstes brauche crafting gehen wir erstmal zurück zu unserer höhle damit um überhaupt da zu gucken warte die wanders nicht nein gleich tot gibt es ja nicht warte ich mir meine kann ich das nehmen bandage jetzt wird es ja schon wieder dunkel oder wollen wir sowas ausbauen weiß ich nicht wunderbar ja da kommt warte mal ja pixels 5 pixels wie weit sind wir denn hier schon gelaufen hier ist unsere höhle oder oder ja hatten wir hier nicht noch die sachen noch mit denen hier ja ja können wir erstmal da also die kann ich ja dann ah ja ganz genau kann ich ja so hinstellen hier ah geht doch schon pixels sind das die dingus komm ja nichts rausgekriegt aber im händen so nachts ist es wieder hier und mal schauen was uns in starboard noch so alles erwarten wird und vor allen dingen wie ich es wirklich so finde und weil ich es ja wirklich immer nur ganz ganz kurz eingespielt habe also eigentlich weiter wie hier habe ich es eigentlich nie gespielt und werden wir mal schauen was uns alles soweit erwarten tut falls ihr noch sachen habt ja machen wir hier das und das oder sonst was oder hinweise irgendwie wie ich irgendwas besser machen kann sind natürlich immer gerne gesehen also dahin bis dahin dann erstmal tschaui 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 Vielen Dank.